Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Vegas Pro 15 Tutorial. Heute befassen wir uns mit den Möglichkeiten der gegebenen Plugins, die HitFilm Movie Essentials genannt werden und die entsprechend jede Menge Möglichkeiten in Bezug auf Color Grading und Effekte basierend mitbringen. Ich möchte dir heute einmal eine Auswahl dieser Effekte zeigen und habe so die besten dieser einzelnen Plugins gepickt und werde jetzt hier einmal durchgehen, um dir zu zeigen, welche Effekte auf dich warten und ob sich ein Wechsel von Vegas 14 Pro auf 15 für dich lohnt. So springen wir hier gleich in den ersten hinein und schauen uns einfach mal an, was hier alles geschieht. Wir haben hier HitFilm Bleach Bypass und ich aktiviere wie gewohnt und beim letzten Mal auch einmal den Effekt, um mal zu sehen, was passiert. Und du siehst schon, du hast hier die Möglichkeit, mit dem Regler zu spielen, die Helligkeit einzustellen, auch den Modus einzustellen und eben die Intensität hier dieses Effektes, der jetzt speziell den Schwarzbereich oder den Kontrast ein wenig hochboostet, hier auch hochzudrehen. Also ein ganz schöner Effekt und wir werden jetzt mal fortfahren. Der nächste Effekt ist Scanlines. Wir haben hier die Möglichkeit, Scanlines zu erstellen und zwar wie oft diese jetzt entstehen, entsprechend auch wie scharf diese dargestellt werden, hier auch natürlich den Winkel. Und das Tolle dabei ist, dass du damit auch speziell Effekte erstellen kannst, die zum Beispiel futuristisch anmuten lassen, die nicht unbedingt jetzt einen Scanline-Effekt darstellen müssten. Das ist also auch eine sehr schöne Sache und du kannst hier jederzeit hergehen und entsprechend diese Scanlines dann auch einstellen. Der nächste Effekt ist eine Light-Flare. Und zwar hast du hier eine wirklich große Auswahl an verschiedenen Flares, die wirklich sehr schön sind und auch teilweise schon an After-Effekt-Flares anmuten lassen. Und so hast du mit diesen Hitfilm Lightwear-Flags die Möglichkeit, hier entsprechend einige auszuwählen, die Intensität einzustellen, entsprechend natürlich auch die Scale. Und wir sehen schon, wir kommen sehr schnell in einen sehr schönen Effekt rein, der teilweise doch die Szene deutlich aufmuntert und entsprechend auch aufwertet. Der nächste Effekt im Bunde wäre hier das Three-Strip-Color. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, die Channels zu switchen, beziehungsweise entsprechend hochzunehmen und so einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Wie du siehst, werden hier jetzt die Blautöne, die Grüntöne und die Rottöne, die jetzt eben sehr vielfältig in diesem Bild sind, hier einfach hochgeboostet. Und so hast du jetzt ein Bild, das eben anders anmuten lässt. Fahren wir weiter fort. So haben wir jetzt hier einen weiteren Effekt. Und zwar handelt es sich hier um TV-Damage, also Fernsehenschaden. Wir haben hier also einen kaputten Fernseher. Wir können den Seed einstellen und haben so die Möglichkeit, hier entsprechend einen coolen Effekt zu erzeugen, wie du siehst, der einen kaputten Fernseher oder vielleicht ein Störsignal darstellt. Und den kann man natürlich auch ausarbeiten, wie zum Beispiel Ghosting kannst du ausarbeiten. Du kannst natürlich reingehen und zum Beispiel auch die Radio Interference einstellen, also die Interferenzen an sich, wie stark die dargestellt werden. Und so lassen sich hierbei tolle Störeffekte ausarbeiten, die du entsprechend hier mittels Parklicks generieren kannst. Und wie du siehst, sind die alle auch sehr performant und bieten dir eben auch eine sehr schnelle Renderzeit an. Wir gehen weiter und springen hinein. Und hier haben wir die Vibrance, auch bekannt von Color Vibrance. Und zwar kannst du erst mal den Radius einstellen, wie du siehst, welcher jetzt gleich auch die Szene hier schon viel deutlicher ausarbeiten lässt. Die Intensität kann natürlich gesteigert oder reduziert werden. Und so kannst du natürlich auch hierher gehen und nochmal den Effekt ein wenig boosten. Und so siehst du im Vergleich einmal hier einen deutlichen Unterschied, den du vielleicht mit anderen Effekten nachher noch verbessern kannst und so ein deutlich schärferes und klareres Bild erhältst. Der nächste Effekt ist Witness Protection. Und zwar gehen wir hier rein und wir haben die Möglichkeit, hier eine Verblörung oder Artefakte einzubauen, um eventuell zum Beispiel später bestimmte Bereiche eines Bildes unkenntlich zu machen. Unser nächster Effekt ist Channel Mixer. Mit diesem kannst du auch Rot, Grün, Blau Töne und auch den Kontrast eines Kanals einstellen. Und so könnten wir jetzt hergehen und hier zum Beispiel diese Wiese sommerlich einstellen. Wir könnten auch natürlich die Einstellung hier ein bisschen boosten oder reduzieren. Und so kannst du in diese einzelnen Kanäle hineinspringen und so dein Bild eventuell auch verfeinern. Wenn wir fortfahren und wieder in die Effekte reinklicken, so haben wir hier HitFilm Channel Swapper. Und zwar kannst du einfach zum Beispiel jetzt den Rotton in einen Grünton verwandeln. Du siehst hier auch schon an der linken unteren Ecke kommt dies sehr gut zu tragen. Wir haben hier eine relativ saftige Wiese und hier eine relativ herbstliche Wiese, wie es jetzt gerade auch passt. Und so kannst du hier die einzelnen Töne natürlich einstellen und so zu deinen Belieben hier auch noch umstellen. Der nächste Effekt ist Color Temperature. Ein sehr einfaches Plugin, welches ich jetzt nicht unbedingt empfehlen muss. Also du kannst es ruhig benutzen. Aber es ist trotzdem eine sehr schnelle Lösung, um zum Beispiel in einen kalten Ton oder einen warmen Ton hineinzugehen. Könnte sein, dass du einen Shot hast, in dem du dies jetzt schnell korrigieren möchtest und so eben auch hier diesen Regler auch hast und den du auch noch entsprechend nutzen kannst. Gehen wir weiter. So haben wir jetzt hier die Color Vibrance auch nochmal drin. Und zwar kannst du hier mit einem Color Picker arbeiten und hast die Möglichkeit, Töne speziell jetzt aus der Umgebung herauszupicken, diese auch zu aktivieren und so entsprechend auch die Szene einzustellen. Gehen wir weiter. So haben wir jetzt hier die nächste Einstellung und zwar Custom Gray. Das ist eine Einstellung, die ich sehr mag. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, mit Grautönen zu arbeiten. Du kannst hier natürlich Overexposure, also hier zum Beispiel die Helligkeit ein wenig höher stellen. Du kannst den Offset einstellen. Du hast die Möglichkeit, mit Blautönen, also in dem Bereich des Bildes zu arbeiten, mit Grüntönen, die natürlich sehr vertreten sind und entsprechend auch mit Rotönen. Gehen wir weiter. So haben wir hier ein weiteres Plugin. Und zwar handelt es hierbei um HitFilm Glow Darks. Du hast also Bereiche, die speziell dunkel sind und hier entsteht eine Art Blur-Effekt. Und das Coole an der Sache ist, dass du den jetzt so einstellen kannst, dass du jetzt aus einer Szene entsprechend eine neue Szene generieren kannst, die sehr schön anmuten lässt. Und hast so die Möglichkeit, hier zum Beispiel den Radius einzustellen, also von gar nicht hin bis zu voll. Und ein Mittelwert daraus entstehend, bringt dir jetzt hier auch diesen schönen Effekt zustande. Wenn wir weiter fortschreiten, so finden wir hier Grain Removal. Hiermit lassen sich entsprechende Artefakte kaschieren. Und du kannst hergehen und jederzeit die Szene natürlich ein wenig einblüren, also ein wenig unschärfer machen und dadurch eben hier diese Artefakte rauslöschen. Gehen wir weiter. Haben wir einen Effekt mit der Letterboxd. Also ein sehr einfacher Effekt, der dir entsprechend oben und unten eine Letterboxd einbaut. Du kannst wählen, wie diese auszusehen hat. Und so hast du jetzt hier entsprechend die Möglichkeit, einfach diese einzufärben und auch einzustellen. Der nächste Effekt ist Light Leak. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, entsprechend bestimmte Bereiche deiner Lichtkegel hier einzustellen. Und kannst du so auch die Stärke dominierend hier einstellen. Und hast du die Möglichkeit, das Bild entsprechend noch einmal hier aufzuwerten und farbtechnisch und auch lichtentsprechend technisch noch einmal schön aufzuwerten. Gehen wir nochmal rein. Haben wir hier auch einen tollen Effekt, und zwar Light Streaks. Und zwar bietet der dir die Möglichkeit, hier, wie du siehst, lauter Kristalleffekte darzustellen, um so eventuell brillante Farben oder auch brillante Dinge noch einmal aufzuboosten. Du kannst natürlich den Ursprungseffekt einbauen und zum Beispiel übergehend in einen Blur mit diesen Light Leaks noch einmal einbauen. Der letzte im Bunde wäre hier in dem Fall auch ein sehr schöner Effekt. Und zwar nennt sich dieser hier Neon Glow. Und zwar, wenn wir jetzt die Intensität einstellen, so haben wir die Möglichkeit, hier mit einem Glühen, also Effekt, entsprechend hier noch einmal die Szene aufzuwerten, die eventuell so eine schöne Farbvielfalt und auch eine gute Darstellung erhält. Somit hast du jetzt einmal 18 der HitFilm Essentials hier einmal gesehen. Diese kannst du jederzeit natürlich nutzen, einstellen. Sie sind sehr performant und bieten dir so eine Möglichkeit, over the edge mit Vegas Pro 15 zu arbeiten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Heute befassen wir uns mit der Boris FX Sapphire Render Engine. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Tool, welches dazu geliefert wird, welches dir die Möglichkeit bietet, deine Shots, zum Beispiel Naturshots oder auch andere Sachen, einfach zu ergänzen mit Effekten, die sonst nicht vorhanden wären, die du aber eventuell erst sehr mühsam erstellen müsstest oder eventuell aber auch zum Teil kaufen müsstest und dir die Sachen zusammensuchen müsstest. Und so hast du hier eine Library, eine Bibliothek, die dir komplett alles liefert. Es sei dazu gesagt, dass dies erst erhältlich ist ab Vegas Pro 15 Suite. Das heißt wiederum, dass du mit Vegas Pro 15 selbst diese hier nicht erhältst. Aber nichtsdestotrotz zeige ich dir die. Und wenn du Lust hast und dir die gefallen, dann kannst du natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und entsprechend dir diese Tools dazu kaufen. Und die lohnen sich wirklich, wie ich finde, da man dadurch doch enormes Potenzial nutzen kann. Fangen wir einmal an. Wir haben hier jede Menge Blank Events, wie ich sie nenne, also leere Events, die du normalerweise, wenn du sie abschaltest, nichts siehst. Und ich habe darauf immer diese Render Engine Dinge drauf gemacht und möchte sie dir einmal erklären. Wir haben hier also jetzt das S-Aurora, welches immer, also alle Effekte hier bieten immer eine Animation an, welche ich dir immer ein bisschen zeigen möchte. Und zwar hast du hier einen sehr schönen Effekt, den du einstellen kannst und natürlich auch die einzelnen Punkte verschieben, um so den Effekt zu verändern, eine Linie zu zeichnen und so einen schönen Aurora-Effekt zu erhalten. Ich werde jetzt nicht sehr ins Detail gehen, da du mittels Try and Error deine eigenen Einstellungen tätigen kannst und dies sich eigentlich von alleine erklärt. Wir gehen weiter und haben das nächste Plugin im Bunde. Wir gehen rein und finden hier die Caustics. Natürlich kannst du auch hier die Caustics wieder verändern. Du kannst sie einstellen und wie du siehst, sind das schon sehr grafische Dinge, die sehr an After Effects anmuten lassen und so hier mittels wenigen Klicks sehr schöne Effekte darstellen. Man könnte diesen Effekt auch als Wassereffekt nutzen, der sehr schöne Wellen schießt oder macht und so kannst du diese hier jederzeit nutzen. Fahren wir fort. So finden wir jetzt eine Komposition, die wir jetzt warten müssen. Wir gehen mal rein und zwar haben wir hier einmal die Clouds und einmal die Luna. Es handelt sich hierbei um zwei Effekte, die, wenn sie geladen haben, gleich dargestellt werden. Und schon ist dies der Fall. Und wir haben hier jeweils zwei Effekte. Also du kannst Kompositionen aus diesen Effekten erstellen, wie zum Beispiel jetzt Clouds, das ist jetzt die Wolke. Und wir haben Luna, den Mond. Und wir könnten den Mond hier zum Beispiel umstellen. Wir hätten die Größe. Wir könnten sagen, dass die Phase des Mondes hier eingestellt wird. Und so haben wir hier noch einmal schön die Wolken drüber. Und so haben wir schon einen schönen Effekt erzeugt, der so komplett aus dem Nichts generiert wurde. Natürlich kannst du dann auch hier deine Chain nehmen, also deine Kette und zum Beispiel diesen Effekt in den Vordergrund legen, was ich jetzt nicht empfehlen würde, weil dies dann nicht mehr natürlich aussieht. Und so kannst du den dann nach hinten legen und hast einen tollen Effekt erzeugt. Natürlich sind auch die Clouds einstellbar. Du kannst hergehen, die Frequency einstellen, kannst diese auch noch einstellen, wie du möchtest und so einen schönen Effekt daraus erhalten. Folgend haben wir jetzt hier noch weitere Cloud-Effekte, die ich dir vorstellen möchte, um so vielleicht später die Kombination zwischen Mond, Sternen und Himmel mit Wolken entsprechend selbst generieren zu können. Wir fahren fort. Wir haben jetzt hier etwas, ich würde sagen, psychodelisch anmutendes, auch einen Effekt, den wir einstellen können. Und zwar handelt es sich hierbei um die Clouds Color Smooth. Hier hast du auch die Möglichkeit, die Frequency einzustellen. Dann kriegst du ein paar Drops. Die möchten wir jetzt nicht. Du kannst aber auch sehr hineingehen und zum Beispiel einen tollen Background erzeugen, der so vor sich her pulsiert, der eventuell später mit einem Add-Modus, also dem Addieren-Modus, doch eine schöne Nuance bieten kann. Und so hast du sehr viele Möglichkeiten und Beispiele, wie du diese Effekte nutzen kannst. Fahren wir fort. So haben wir wieder einen schönen Himmel. Dieser ist diesmal perspektivisch angeordnet. Und wenn wir hineingehen, dann lässt der Name dies auch schon anmuten. Clouds Perspective. Wir gehen hier hinein und sehen auch schon, okay, wir können hier wieder einiges verstellen. Du kannst natürlich auch so ein bisschen stauchen. Du hast die Möglichkeit, alles Mögliche einzustellen, wie die Seeds und auch andere Dinge. Also ein wirklich sehr schönes Plugin, das dir sehr viele Möglichkeiten bietet. Gehen wir wieder hinaus. So finden wir ein nächstes und auch etwas psychodelisches oder verstörendes Plugin, das eventuell in Horrorszenen oder vielleicht ein wenig subtileren Dingen vorkommen könnte. Wir haben hier die S-Clouds Psycho. Nennt sich auch schon ein bisschen verrückt. Und hier hast du natürlich auch, wie du siehst, alleine schon, um den Regler zu nehmen, einen sehr schönen Effekt, den du vielleicht als Zoom nehmen könntest. Und so kannst du hier sehr schöne Dinge daraus generieren. Wenn wir nun fortfahren, so haben wir hier das nächste im Bunde. Und zwar ist das wieder eine Cloud. Also so eine Art Wolkeneffekt haben wir hier. Und zwar diesmal ein Strudel. Dieser nennt sich Cloud Vortex. Und mit dem kannst du auch rumspielen, um den Strudel zum Beispiel versetzen, um so seitlich beispielsweise einen schönen Effekt zu nutzen, der hier zur Geltung kommt. Und wie du siehst, sieht dies auch schon sehr schön aus. Natürlich kannst du auch hier wieder hineingehen und mit den Werten spielen, um so deinen Effekt zu erzeugen, den du vielleicht später nutzen magst. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Ring von Saturn erzeugt. Und so kann man verschiedene Dinge nach und nach erstellen. Natürlich können wir hier jederzeit wieder rausgehen und weiter fortfahren. Du könntest auch sagen zum Beispiel, dass du hier einen neuen Videotrack einfügst, diesen Effekt zum Beispiel nimmst und den mit dem hier überlappen möchtest. So kannst du das auch tun und erzeugst hier zum Beispiel einen leichten Helligkeitspegel oder du kannst auch den Add-Modus nehmen und so später beispielsweise mehrere Effekte übereinander lappen. Oder aber auch die Chain nutzen, also eben die Plug-in-Kette, die du hier fortschreitend einstellen kannst. Fahren wir fort. So haben wir hier einen einfachen Verlauf, nichts Spektakuläres, auch schon vorhanden, hier im VideoFX oder Mediengenerator. Den kannst du ganz normal einstellen. Dazu muss nicht viel gesagt werden. Fahren wir fort. Haben wir hier wiederum eine Rampe, ein Guardian und zwar den Guardian Multi. Und der ist sehr toll, da du hier entsprechend einen sehr schönen Background erzeugen kannst, in dem du hier die Farben hernimmst und mit diesen dann später spielst, um sie vielleicht so einzustellen, wie du es vorhast. Natürlich ist das Tolle, dass du insgesamt die Softness, also die weichen Kanten einstellen kannst, um so daraus später einen sehr schönen Background zu erzeugen, der doch subtil anmaßend eine schöne Bereicherung für deine Szene darstellen kann. Fahren wir fort. So finden wir hier den S-Guardian Radial. Also auch wiederum eine Verlaufsrampe, die entsprechend radialtechnisch hier ein bisschen zur Geltung kommt. Wir können hergehen, diese einstellen oder sie auch als Vignette nutzen und später mit dem Add-Modus einfach über unsere Szene legen und so eventuell etwas Sex empfremden und so was Neues draus machen. Fahren wir fort. Dann kommt der nächste Effekt zum Munde und zwar gehen wir hier einmal hinein. Wir haben das S-Grid, welches uns hier ein Muster darstellt, vierkiges Muster, Schachbrettmuster. Und zwar laden die Effekte auch manchmal ein wenig. Du kannst dieses natürlich verstellen. Du kannst jetzt zum Beispiel jetzt mehr in die horizontale oder in die vertikale strecken und kannst daraus zum Beispiel später einige Areale oder tolle Effekte erzeugen. Und dieses ist jetzt, wie du siehst, auch nicht animiert, also würde sich auch in dem Fall nicht bewegen. Wenn wir fortfahren, finden wir hier wieder einen Effekt, der sich nicht bewegt. Und zwar ist das der Grunge-Effekt. Wir haben hier S-Grunge und das ist jetzt eben eine Art rostiges Material, ein rostiges Metall, wie du siehst, welches dir sehr viele Möglichkeiten bietet, daraus schöne Texturen zu erzeugen oder auch alleine schon Effekte zu nutzen. Und ich finde, ist das ein sehr starkes Plugin. Da es dir sehr viele Möglichkeiten bietet, unterschiedlichste Texturen zu erzeugen in den unterschiedlichsten Qualitätsleveln, welche du sehr einfach generierst und so daraus sehr schöne, abstrakte und auch, sagen wir mal, ein bisschen rostig anmutende Metall-Effekte erzeugen kannst. Fahren wir fort, finden wir hier einen eher kleinen Effekt, aber trotzdem oho. Und zwar handelt es sich hierbei um den Laserbeam. Den Laserbeam kannst du natürlich auch einstellen. Du hast die Möglichkeiten, mit ihr Länge zu spielen. Es handelt sich im Grunde genommen um eine Art Projektil- oder Partikeleffekt, welcher nach und nach hier diese Effekte darstellt oder sozusagen hier fährt. Und dieser ist auch animiert. Den kannst du später auch nehmen und entsprechend auch hier weitgehend animieren. Fahren wir fort. So haben wir hier einen sehr beliebten Effekt, der sehr oft in verschiedensten Essentials vorkommt. Und zwar handelt es sich hier um den Muzzle Flash. Und der Muzzle Flash funktioniert so, dass er im Normalfall gar nicht animiert ist, da das ja aus der Mündung der Pistole beispielsweise rausgeschossen so kurz ist, dass du da eigentlich nicht viel siehst. Und wenn du jetzt eben diesen Effekt hast, dann wird er meistens so ein bisschen dargestellt. Und den kannst du natürlich auch verändern. Er heißt auch Muzzle Flash an sich. Es gibt Presets, die du laden und abspeichern kannst. Und hast hier die Möglichkeit, auch einige Dinge zu verändern. Zum Beispiel die Rotation. Und hast hier wirklich einen dreidimensionalen Muzzle Flash. Und der bietet dann schon sehr viele Möglichkeiten und ist ein sehr schöner Effekt. Fahren wir fort. Finden wir hier einen Sternenhimmel. Ein wenig schwer zu sehen, aber man kann den natürlich ein bisschen boosten, ein wenig einstellen. Rotieren kannst du den. Und hast hier wieder sehr viele Möglichkeiten. Das Tolle an der Sache ist, wie ich finde, ist hier auch die Möglichkeit, hier Jahre einzustellen. Um hier immer eine kleine Veränderung zu erhalten. Ist auch nur eine kleine Spielerei. Und so kannst du beispielsweise aus diesem Effekt, der Wolken und dem Mond an sich, schon einen wirklich realistischen Himmel darstellen. Der beispielsweise mit einem Greenscreen kombiniert schon sehr tolle Effekte erzeugen lässt. Fahren wir fort. So finden wir hier den nächsten Effekt. Und zwar handelt es sich hierbei um Formen. Du kannst hergehen und unter S-Shape Formen erzeugen, die Größe einstellen, um so vielleicht später Zoom-Effekte darzustellen. Du kannst diese natürlich jederzeit umändern. Und kannst sagen, es handelt sich hier um etwa um das gleiche wie bei After Effects, dass du einfach eine Form hast, mit der du arbeiten kannst, die du individuell einstellen kannst. Fahren wir fort. So finden wir hier eine Art Glow-Effekt mit kleinen Kristallen, die hier glühen. Und zwar sind das Sparkles. Und zwar hast du hier die Möglichkeit wiederum, die Sparkles auch wieder einzustellen. Du kannst sie zum Beispiel sehr rauszoomen. Du kannst sie reinzoomen und kannst so auch unterschiedliche Effekte erzeugen. Und hast hier einige Einstellungsmöglichkeiten, die dir bieten, die du eben entsprechend einstellen kannst. Schöne Animationen erzeugen. Und so hast du hier auch einen Effekt, den du über bestimmte Szenen einfach legen kannst. Das Äquivalent zu dieser Szene wäre in dem Fall das darauf folgende. Und zwar haben wir hier dasselbe, nur eben in Farbe. Und dies nennt sich dann auch Sparkles Color. Surprise, surprise. Wir haben die Möglichkeit auch hier herzugehen und genau dasselbe zu tun. Im Endeffekt genau dasselbe Plugin, nur eben mit einer Color-Funktion. Ich finde, man hätte dies vielleicht ein bisschen anders lösen können, indem man eventuell dort noch Farbe einstellt. Aber nichtsdestotrotz hast du hier eben die Möglichkeit, so oder so zu arbeiten. Fahren wir fort. So finden wir hier ein weiteres, sehr komisches Plugin, wie du siehst. Und zwar handelt es sich hierbei um Texture Cells. Und diese Texture Cells, die bieten dir die Möglichkeit, eben hier komplett verbundene Effekte zu erzeugen. Die verschiedensten Formen zu kreieren und so auch farbtechnisch etwas zu machen. Dies könnte auch in unterschiedlichen Szenarien vorkommen. Vielleicht hast du irgendwie eine Szene, irgendein Virus oder irgendeine futuristische Einstellung. Da kannst du dies sehr gerne und gut nutzen. Und so hast du hiermit auch einen sehr schönen, sehr abstrakten Effekt. Fahren wir fort. So haben wir hier einen meiner Lieblingseffekte. Und zwar handelt es sich hierbei um Texture Chrome Spiral. Und zwar schauen wir uns den mal an. Das ist hier eine Spirale, die hier in Chroma eingestellt wird. Und diese bietet dir eben die Möglichkeit auch ein, zum Beispiel hier so eine Art Frequency einzustellen, einen coolen Zoom zu erzeugen. Du kannst hier die Noise, also die entsprechenden Artefakte ein bisschen verschärfen und einstellen. Du kannst hier zum Beispiel das ein wenig verschieben lassen. Du kannst hineingehen, hast sehr viele Möglichkeiten mit dem Effekt umzugehen. Und so bietet sich dir hier diese auch an. Zuletzt haben wir hier auch noch einen sehr schönen Effekt, der sehr ähnlich wie hier diese Cells aussieht. Und zwar handelt es sich hierbei um Texture Flux. Du kannst hier auch die Frequency wiederum einstellen. Du kannst hier sehr nah rein zoomen. Du kannst hier verschiedene Einstellungen tätigen. Und hast hier auch einen sehr schönen Effekt, wie du siehst, der hier nahtlos ineinander geht, der eventuell auch schon die Oberfläche vom Wasser imitieren könnte. Also auch eine sehr schöne Sache. Und so hast du jetzt auch die Boris FX Sapphire Render Unit einmal näher zu Gesicht bekommen. Kannst dir mitunter vielleicht schon vorstellen, wo diese Effekte zum Einsatz kommen. Und so hast du hier eine wirklich tolle Ansammlung von verschiedenen schönen Effekten, die du nutzen kannst. Und wenn du diese haben möchtest, nicht zu vergessen, die gibt es nur mit der Suit-Version von Vegas Pro 15. Nichtsdestotrotz eine sehr schöne Sache und ich wünsche dir viel Spaß damit.